Ein Girokonto mit allen Vorteilen gibt's bei der Sparda-Bank. Nämlich garantiert ohne Mindesteinkommen und Mindestguthaben. Mit attraktiver Gewinnbeteiligung, der Sparda-Bank EC und Mastercard und vielem mehr. Auch einen Privatkredit erhalten Sie hierzu besonders günstigen Konditionen in Verbindung mit dem Sparda-Girokonto. Und zwar kostenlos. Und so schnell geht's. Einfach online den Kontoeröffnungsantrag ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und bei der Post legitimieren lassen. Sobald das erste Gehalt auf dem neuen Girokonto eingeht, gibt's von uns eine Prämie. Wenn Sie zufrieden sind und uns weiterempfehlen, warten noch weitere Prämien auf Sie. Immer wieder neue Sachprämien sowie attraktive Bargeldprämien. Geben Sie Ihre Empfehlung per Mail, via Twitter oder Facebook ab. Sobald Ihre Freunde die Empfehlung annehmen, erhalten Sie von uns eine Mail mit einem Link zum Einlösen Ihrer Prämien. Die stehen für Sie bereit. Sparda-Bank – freundlich und fair